So, jetzt wird es Zeit mal wieder für ein neues Mikrowellen-Experiment. Und zwar kommt erstmal diese Suppenschüssel in die Mikrowelle. Als, wie soll ich das sagen, Stativ für das Handy. So hart, aber fair. Das Handy muss in die Mikrowelle. Es hat mich gefreut, Videos für Sie zu drehen. Oh, heiß. Aber alles ist noch okay, ja? Nächstes Mal kommt dann, was weiß ich was, irgendwas Neues.